So ein Fitnessstudio hat keiner zu Hause. Braucht ihr auch nicht, um fit zu werden und fit zu bleiben. Wir zeigen euch jetzt und in der Zukunft, wie ihr zu Hause trainieren könnt. Mit einfachen Mitteln könnt ihr fit bleiben und fitter werden. Wir setzen uns ein paar Ziele und versuchen diese Ziele zu erreichen. Ich übrigens auch. Wir gehen jetzt gleich in den Trainingsraum. Ihr braucht eine Matte, ihr braucht zwei Wasserflaschen. Die könnt ihr mit Wasser füllen. Ein halber Liter, Liter oder anderthalb Liter. Nehmt die so, wie ihr die braucht von den verschiedenen Gewichten her. Da werde ich aber gleich im Laufe des Trainings was zu sagen. Ihr braucht ein Handtuch, Sportsachen an, Fenster auf, frische Luft. Das ist für mich jetzt ungewohnt, alleine zu sein, alleine im Zimmer zu sein ohne euch. Aber es muss sein und ich bitte euch, haltet euch daran, dass ihr das alleine und zu Hause macht. Macht Fenster auf und spielt Musik. Und hört euch meinen Musikgeschmack an. Der ist wirklich sensationell, finde ich. Ich mache jetzt gleich mit euch ein Workout. Das dauert so 15-20 Minuten. Werden wir ja selber sehen. Ich muss wieder auch mal rein arbeiten jetzt in dieses Workout. Aber ich will vorher noch ein paar Hinweise geben. Passt bitte auf, auf die Belastung. Macht das so, wie ihr euch wohl fühlt. Wir wollen moderat trainieren. Wir wollen keine Spitzensportler raus durchmachen in dieser kurzen Zeit, sondern wir wollen weiter fit bleiben. Trotzdem setzt euch mal so ein paar Ziele. Vielleicht, dass ihr mal 20 Liegestütze schafft. 10 Kniebeugen. 30 Minuten am Stück zu walken. Oder 5% vom Körpergewicht abzunehmen. Das will ich auch mal probieren. Eigentlich gebe ich immer allen vor, wie es geht. Aber ich will in der Phase auch mal mit guten Beispielen vorangehen und versuchen, mein Gewicht, das sich so auf 96 Kilo gerade einpendelt, auch mal um 5% zu reduzieren. Ich habe jetzt keinen hier, den ich fragen kann, was 5% von 96 sind. Aber ich gucke euch mal nach. Ich frage meinen Sohn. Der wird das bestimmt schon wissen. Passt bitte auf bei der Belastung, dass ihr euch nicht überlastet. Wenn was weh tut, Muskelschmerz, denke ich, ist kein Problem. Wenn Gelenke weh tun, Gelenke schmerzen, dann besser sein lassen. Ich versuche ihm Alternativen zu geben, dass jeder mitmachen kann und jeder sollte mitmachen. Dreimal die Woche 30 Minuten. 25, 45 Minuten. Ihr sollt euch bewegen. Und das bitte so häufig wie es geht und moderat. Wir wollen unser Abwehrsystem stärken, Immunsystem stärken. Wir wollen weiter Spaß haben. Eine Sache, die mir aufgefallen ist bei mir persönlich, wenn ich zu viel zuhause bin. Ich esse ganz anders. Ich esse morgens und mittags und abends und immer, meine ich, ich müsste so viel essen oder so ausgiebig essen. Das meint auch meine Familie. Passt auch ein bisschen auf die Ernährung auf. Also jetzt in der Zeit zu Hause zu sitzen, die ganzen Hamsterkäufe aufzuessen, wäre natürlich total bescheuert. Also seid da ein bisschen, und das seid ihr, ich weiß das, ein bisschen vorsichtig und esst nicht mehr als vorher. Vielleicht sogar noch weniger. Wir werden versuchen, euch jetzt jeden Tag mal eine Challenge reinzustellen. Einmal Walken, einmal Liegen schütten, einmal Kniebeuge, eine neue Übung kommt. Wir wollen auch mal an einem Tag, der wird noch bekannt gegeben, dass ganz Dorsten zur gleichen Zeit trainiert. Auf einer Uhrzeit, an einem Tag, 30 Minuten, alle Dorsten, alle zuhause, alle machen das Fenster auf, alle rufen sich zu und wir trainieren gemeinsam. Und ich, oder ein anderer, gebe die Übung vor. Also, jetzt fangen wir an. Ihr hört gerade, ich glaube, Ibo singt gerade. Ich mache die Musik jetzt ein bisschen lauter, ich gehe kurz aus dem Bild, komme dann wieder und beginne mit dem Laufen. Noch ein Hinweis, ich trainiere immer, so wie oft es geht, in geschlossenen Räumen, auf Socken, Rutschsocken oder Barfuß. Ich finde Schuhe, ja scheiße, besser ist zu trainieren, um die Fußmuskeln zu trainieren. Da werden wir auch noch ein Workout für machen. Aber trainiert ruhig, Barfuß oder auf Socken, Rutschsocken, wenn ihr Angst habt und macht es damit. Jeder kann mitmachen. Von 4 bis 94. Also, ich beginne, mache ich die Musik lauter und dann fange ich an, mich warm zu machen. So, ich habe Ibiza. So, ganz wichtig ist natürlich, was ich jetzt wichtig finde, ob ich auch gut aussehe. Ich habe hier einen Spiegel, da gucke ich die ganze Zeit rein und denke, ja, das, was der macht, sieht schon ganz gut aus. Also, ihr sollt jetzt erstmal auf der Stelle laufen. Ich hoffe, oh, Anita. Also, weiter weiter. Nehmt die Schultern mit, Füße anheben, landet vorne auf den Fußballen und wir machen das jetzt mal gemeinsam. Ich schaue mal auf die Uhr. Zwei Minuten. Locker die Schultern mitnehmen, atmet tief ein und atmet in den Bauch und atmet aus. Oh, das ist gut. Und seht ihr, was ich gesagt habe? Mein Musikgeschmack ist wirklich, ja, über die Maßen bekannt. So. Sehr gut. Wenn das jetzt meine Familie und mein Sohn, dann wird er sich für seinen Papa tot schämen und sagen, Papa, was machst du denn da? Ja, aber die Zeiten erfordern das jetzt. So, wir haben schon eine Minute. Sehr gut. Und jetzt für die Leute, die so ein bisschen fitter sind, jetzt fangen wir mal an zu laufen und zwar auf der Stelle. Lasst mal eure Arme hängen. Genau. Zieht die Schultern nach oben und schaut mal auf meine Füße. Ich laufe den ganzen Zeit, die ganze Zeit auf den Fußballen. Sehr gut. Schön weiter. Genau. Und weiterhin tief einatmen und ausatmen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind schon über zwei Minuten, glaube ich, hier. Sensationell, oder? Komm, wir versuchen nochmal drei Sekunden. So, wir nehmen wieder die Laufhaltung an. Wir werden so ein bisschen schneller, wer das kann. Jawohl. Nehmt die Schultern schön mit nach hinten. Der Daumen geht immer Richtung Schulter vor. Sehr gut. Ach, kommt. Wenn wir ganz ehrlich sind, das Leben ist doch schön. Oder? Vielleicht im Moment ein bisschen anders, aber doch schön. So. Noch fünf Sekunden. Und meine fünf Sekunden sind das immer, ne? Bei Zeitangaben, die ich mache, seid nicht so kritisch. Drei, zwei, ein. Und streckt euch erstmal nach oben. Ui, da kommt mein T-Shirt raus hier. So. Und strecken. Dabei weiterlaufen, öffnet den Brustkorb. Und atmet aus. Und noch zwei. Und eins. Und der letzte. Wir gehen nach vorne runter. Atmen ein und aus. Jawohl. Und schaut mal. Sehr gut. Und wir gehen schön mit den Händen nach oben. Dreimal. Zweimal. Einmal. Und klasse. So. Jetzt werden wir mal. Schwingen wir vor. Doppelstockschub beim Skifahren. Jawohl. Vor. Atmet aus. Und kommt immer ein wenig auf die, auf den Fußballen. Anheben, senken. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Sehr gut. Einmal locker. Jetzt kommt. Jetzt kommt eine typische Übung aus dem Fußball. Ihr seht, ich habe auch die Bälle schon aufgebaut. Die Farbe sollte klar sein, für welchen Verein das steht. Jawohl. Und wir gehen nach oben. Knie anheben. Öffnen. Das Bein. Jawohl. Sehr gut. Hüfte öffnen. Zweimal. Einmal. Jawohl. Jetzt kommen wir von hinten. Also wenn wir über den Zaun steigen würden. Sehr gut. Und schön hoch. komm. Jawohl. Und noch. Sehr gut. Jetzt machen wir ein bisschen die Schulter mobilisieren. Wir machen das erstmal einfach. Ich bin mal gespannt. Ich sehe das sieht bei mir elegant aus. Schaut mal. Meine Handbewegung. Zwei. Eins. Jawohl. Das war meine Rechte. Jetzt links vorwärts. Das ist noch einfach. Leute, die zu mir im Kurs kommen, wissen, was gleich kommt. Ich bin mal gespannt, ob ihr das da draußen hinbekommt. Jetzt rechts zurück. Jawohl. Schön Schulter bewegen. Genau. Fallen lassen. Locken. Tief einatmen. Drei. Zwei. Eins. So ihr Lieben. Jetzt passt gut auf. Jetzt geht der rechte Arm vorwärts und der linke Arm geht rückwärts. Ja. Schaut mal. Was ich so kann. Bin ich mal gespannt, ob ihr das sofort im ersten Versuch hinbekommt. Rechts vor, links zurück. Zwei. Eins. Jawohl. Und wir wechseln gleich. Wir gehen direkt links vor, rechts zurück. Schaut mal. Guckt mal. Sieht so einfach aus. Und dreimal. Und zweimal. Und einmal. Sehr gut gemacht. Ich hoffe, ihr habt das sehr gut gemacht. Also ich fand, ich habe das gut gemacht. So, wir haben ein bisschen mal die Beinbewegung. Bleibt auf dem. Deswegen ist das so wichtig. Ich mache die Musik lauter. Wartet mal. Roberto singt. Ein bisschen Spaß muss sein. Tja. Muss auch sein. Auch in der jetzigen Zeit. So. Jetzt stelle ich mich auf meinem linken Fuß. Hierbei ist wichtig. Deswegen arbeiten wir ja ohne Schuhe. Die Zehe sind unglaublich wichtig. Auch beim Laufen. Versucht mal gleich nur den großen Zeh anzuheben. Und dann versucht mal nur die kleinen Zehe anzuheben. Und wer kann das? Aha. Nicht so einfach. So. Jetzt bleibt ihr auf dem linken Bein stehen. Der große Zeh klemmt sich im Boden rein. Und wir schwingen einfach mal. Jawohl. Das rechte Bein durch. Sehr gut. Dreimal. Sehr gut. Hier seht ihr Gleichgewicht. Ihr seht, wie mein Rücken arbeiten muss. Das Bein ausgleicht. Wechseln. Gleichgewicht. Das sind Übungen gleichzeitig Sturzprophylaxe. Ganz einfache Übungen, um so ein bisschen sicherer zu sein. Jetzt geht auf das linke Bein. Jetzt schwingen wir durch seitlich. Das wird schon schwieriger. Jawohl. Wieder der große Zeh. Auf die in den Boden rein. Rechtes Bein zur Seite. Also irgendwie blöd. Keiner ist da. Ich kann keinen sehen. Aber ich weiß ja, dass ihr da seid. Und dann macht das noch mehr Spaß. So. Jetzt rechte Seite. Rechter Fuß auf den Boden. Linker Fuß schwingt durch. Jawohl. Auch das, glaube ich, mache ich sehr gut, oder? Drei, zwei, eins. So. Jetzt wird es schwierig. Einmal locker. Jetzt wird es schwierig. Einmal machen wir noch. Pass auf. Und zwar, wir bleiben auf dem rechten Fuß. Linke Bein geht zur Seite. Der rechte Arm geht nach vorne und der linke zurück. Und das wäre mal eine Challenge, das bis Ende dieser Woche hinzubekommen. Guckt mal hier. Das Bein geht nicht im Kreis, mein Bein. Das geht zur Seite. Drei, zwei, eins. Ja. Sehr gut gemacht. Okay. Kurze Pause. Erstmal einen Schluck trinken. Ihr auch. Vergesst das Trinken nicht. Auch im Training. Übrigens, diese Flaschen brauchen wir gleich für unser Training. Sehr gut. So, wir sind einigermaßen warm. Wir haben uns so ein bisschen, ja, jetzt auch schon mobilisiert. Wir wollen mal so ein bisschen versuchen, noch Gesäßmuskulatur, Rückseite, Oberschenkel zu mobilisieren. Wir dehnen auch nicht, dass sie nur mobilisieren. Die Knie bleiben gestreckt. Wir stehen schulterbreit. Hände auf die Oberschenkel, über die Knie, Richtung Schienbeine. Versuchen wir mal so langsam. Atmen dabei aus. Übungen langsam durchführen. Und wir kommen mal zum Boden. Boah, wie peinlich, wenn das nicht runterkommen würde. Aber, jawohl, schaut mal her, schaffe ich. So, ihr auch. Einmal noch. Haltet die Knie gestreckt. Atmet aus. Und jetzt verharren wir einmal unten. Jawohl. Drei, zwei, eins. Sehr schön. So, einmal mobilisieren wir noch vor der Oberschenkel. Kommt aber gleich noch mehr. Bleibt wieder stehen. Zieht das Bein zurück. Halten. Stopp. Wer es nicht kann oder schwer ist, natürlich immer könnt ihr euch festhalten. Das Bein zurückziehen. Lasst das Bein gerade. Das Standbein ist leicht gebeugt. Ich mach das mal von der Seite. Fasst euer Gelenk an. Nicht den Fuß. Zieht das hoch. Halten. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins. So. Das Ganze brauchten wir nämlich jetzt, um das Beintraining vorzubereiten. Jetzt geht's los. Wir machen Kniebeugen. So. Großer Muskel stärkt hier Herz-Kreislauf-System, Lunge. Wir brauchen viel Sauerstoff, wenn wir Beine trainieren. Ich hoffe, Fenster sind auf. Gesäßmuskel wird trainiert. Da sag ich immer, wir wollen. Ja, ich sag das mal gleich, was das für ein Training bedeutet. So. Wir gehen mal runter. So. Das Gewicht legen wir leicht auf die Ferse. Wenn wir hoch kommen, atmen wir aus. Jawohl. Und schaut her. Ich mach das von der Seite. Bewegung durchführen. So. Und jetzt, für den das zu schwer ist, hab ich hier einen Stuhl stehen. Also für mich, ne? Jetzt das Gleiche könnt ihr machen. Ihr berührt den Stuhl und kommt hoch. Ihr berührt den Stuhl und kommt hoch. Sollt das gar nicht funktionieren, setzt ihr euch hin und kommt hoch. Also das mal als Variante. Ihr seht, alles live. So. Ich mach jetzt mal vor. Wir machen Belastungsstufe eins. Drei mal acht. Zwei. Drei mal zwölf. Drei. Drei mal fünfzehn. Ich mach mittel drei mal zwölf. Wiederholungen. Und jetzt geht los. Eins. Zwei. Gut. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Jawohl. Acht. Neun. Öffnet immer euren Brustkorb. Zehn. Elf. Zwölf. Tief einatmen. Ausatmen. Gleichzeitig stärken wir immer unsere Atemmuskulatur. Immer auf die Atmung achten. Die ist ganz wichtig. Nicht pressen. Tief einatmen. Tief ausatmen. Da kriegt man Kraft. Dann wird man stabil. Atmet ein und atmet aus. Das macht auch Mut. Kräftige einatmen. Schultern zurück. So. Nummer zwei. Eins. Schaut mal auf meine Knie. Die sind hinter den Fußspitzen. Hopp. Sehr gut. Jetzt. Nicht mal vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Zehn. Elf. Und zwölf. Und wisst ihr was? Das geht alleine. Ich habe hier schöne Musik an. Für mich schöne Musik. Aber ich finde das macht sogar Spaß. Und das macht Spaß. Und wir sehen uns ja wieder hier. Und dann solltet ihr vorbereitet sein. Ich bin vorbereitet. So. Come on. And die. Drei. Eins. Zwei. Drei. Und ihr merkt jetzt schon so langsam. Wird man eigentlich warm. Und jetzt merkt man, dass das Training viel besser funktioniert. Ne? Jawohl. Wer hat mitgezählt? Komm ich schätze. Acht. Neun. Zehn. Klasse. Elf. Zwölf. Oh. Sehr gut Beine trainiert. Wir machen jetzt gar nicht so viel Pause. Ähm. Wir wollen so ein bisschen Prophylaxe haben. Äh. Thrombose. Also wenn wir jetzt nicht viel laufen. Auch wenn jetzt Ältere zu Hause sind, die wenig machen können. Wade. Eine schöne Wade sieht immer gut aus. Also Fußspitze hoch. Und ganz einfach hier rein. Ganz einfach. So. Hopp. Und ihr seht, ich mache den Händen immer mit. Ich versuche immer so einen Rhythmus zu finden. Hebe die Zehe an. Und geht auf die Fußspitze. Auf den Ballen. Und ihr werdet gleich merken, so bei 10 oder 20. Gut trainiert ihr erst mal 30 oder 40. Und ziehen in der Wade. Und eine gute Wadenmuskulatur. Total wichtig. Jawohl. Drei. Zwei. Eins. Die meisten Jungs sind im Alter. Wir trainieren ja alle nur Muskeln für den Disco. Und keine Beine. Die sagen dann immer zu mir, an die Beine sieht man nicht im Club. Ja. Jetzt könnte ich was sagen. Sage ich aber nicht. Hopp. Jetzt geht ihr auf das rechte Bein. Hopp. Hopp. Jawohl. Hopp. Und ihr seht, wie ich jetzt das auf einem Bein mache. Und jetzt ist das schwierig. Das ist gleichzeitig eine Übung für die Rückenmuskulatur. Weil jetzt ich immer wieder ausgleichen muss. Sehr gut. Drei. Zwei. Eins. Keine Pause. Wechseln. Eins. Zwei. Oh, links fällt mir schwerer. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Aber trotzdem noch gut, oder? Vier. 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 Neun. Jawohl. Noch drei. Zwei. Eins. Oh, dann merke ich meine Wade auch schon. Und nochmal Seiten wechseln. Hopp. Zwei. Jawohl. Guckt mal. Jawohl. Wieder mit den Zehen arbeiten. Macht das mal. Hält mal die Zehen an. Dann merkt ihr, wie schwer das ist. Hopp. Sehr gut. Ach, sehr gut mache ich ja, ne? Ich habe das Gefühl, ihr seid hier. Das ist Wahnsinn. Ich sage sehr gut, weil ich euch eigentlich hier bei mir sehe. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich freue mich total, wenn ihr die Übung hier nachmacht. Und natürlich besser macht als ich. Jawohl. Oh, Andi. Hopp. Sehr gut. Jawohl. Drei. Zwei. Eins. Jawohl. Sehr gut gemacht. So. Toll. Das ist fast vergessen. Ich hatte meine Wasserflaschen. Bei allen Übungen, die ihr gemacht habt. Wenn euch das zu einfach ist. Kniebörge zum Beispiel. Nehmt die Wasserflaschen mit. Als Gewicht. Ihr müsst euch nichts einkaufen. Ihr müsst kein Fitnessgerät kaufen. Ihr könnt das nehmen, was zu Hause ist. Also. Wasserflasche. Mega. Wer möchte Trinkenschluck. Jetzt haben wir beide soweit erledigt. Also die. Der Bikini-Sigur 2020 steht nichts mehr im Weg. Meine Socken. Ah, sind bestimmt auch dreckig. So. Jetzt machen wir folgendes. Setzt euch gerade hin. Entspannt sitzen bleiben. Einmal die Füße nach außen kreisen. Auch das unterschätztes Gelenk. Fußgelenk nach innen kreisen. Wenn man weiter schön wie so ein Panther gehen möchte, braucht man ein gutes Fußgelenk. So. Jetzt ziehen wir mal die Fußspitzen an. Bleiben gerade. Legen die Hände auf die Oberschenkel. Gehen zu den Schienbeinen. Atmen dabei aus. Und versuchen mal zu unseren Fußspitzen zu kommen. Ihr seht, ich mache das langsam. Ich möchte nicht, dass ihr an den Gelenken ruckt oder zieht oder irgendwas jetzt versucht mit Schwung zu machen. Nein. Machen wir nicht. Und ihr geht nochmal vor. Und beim letzten Mal halten wir die Position. Wir atmen aus. Lassen den Kopf. Senken den ab. Und bringen unser Kinn auf die Brust. Einatmen tief und ausatmen. Und lösen. Bleibt sitzen. Spreizt die Beine. Hände hinten. Jetzt schiebt ihr euch nach vorne. Umso mehr wird jetzt hier im Bereich der Adduktoren die Muskulatur gedehnt. Bleibt gerade sitzen. Geht nach vorne. Atmet ein und atmet aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und versucht mal eure Unterarme auf die Matte zu legen. So. Jetzt noch wieder was zum Angeben. Auch eine Übung, die ihr versucht bis Ende dieser Zeit hinzubekommen. Beide Hände hier drauf. Und dann legt ihr den Kopf ab. Ja. Also. Kann ich. Das versucht ihr hinzubekommen. So. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mobilisiert. Wir werden jetzt in die Übung der Bauchmuskultur gehen. Legt euch auf den Rücken. Ich hoffe das kann man so sehen. Hebt die Füße an. 90 Grad abgewinkelt. Hände leicht über den Boden. Kopf nach hinten. Sodass die Halswirbelsäule mit der Brustwirbelsäule in einer Position ist. Ihr zehrt nicht. Ihr zieht nicht. Den Kopf nicht festhalten. Wenn es jetzt weh tut an der Nackenmuskulatur. Das kann sein, weil die einfach schwach ausgebildet ist. Wenn ihr Angst habt, könnt ihr leicht natürlich euren Kopf festhalten. Leicht. So. Ich mach's vor. Und jetzt geht die Brust Richtung Decke. Jawoll. Und ihr atmet ein und atmet aus. Nächster Durchgang. Und hopp. Jawoll. Und hoch. Komm. Jawoll. Und fünf. Und vier. Drei. Zwei. Eins. Jawoll. Die Pausen nutzen wir immer wieder bei allen Workouts auch zu Hause, um euch zu mobilisieren. Sehr gut. Jawoll. Und tatsächlich das Alleinsein. Irgendwie geht das, ne? Irgendwie geht das, muss ich sagen. Ab und hoch. Und hoch. Jawoll. Oliver Kahn hat gesagt, weiter, weiter, immer weiter. Kommt hoch. Und das machen wir auch. Und hoch. Und hoch. Jawoll. Sehr gut. Noch fünf. Und vier. Und drei. Zwei. Und eins. Heiei. Eine Bauchübung noch. Anheben. Jetzt können die Hände in der Hüfte bleiben. Und jetzt heben wir langsam unser Gesäß an. Langsam. Ohne Schwung. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Einmal lockern. Ablegen. Nach links und rechts. Auch immer langsam diese Übungen durchführen. Auch die Übungen in der Beweglichkeit. Jawoll. Und einmal noch. Ablegen. Sehr gut. Und ausatmen. Jetzt fragen bestimmt viele, ja Andi, muss ich den Kopf ablegen oder nicht? Ich lege den Kopf nicht ab. Das überstrecke ich hier nämlich. Deswegen halte den Kopf leicht nach oben. Jawoll. Sehr gut. Und gleichzeitig, wenn der Kopf oben ist, stärke ich natürlich meine Nackenmuskulatur. Sehr gut. Noch. Ich sage immer sehr gut. Komm. Fünf noch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jawoll. Locker. Locker. Normalerweise sage ich ja nicht immer sehr gut. Normalerweise sage ich immer mega. Aber das spare ich mir heute mal. Beide Füße bitte auf die Matte. Ablegen. Hände überkreuz auf die Brust. Jetzt könnt ihr den Kopf ablegen. Hebt die Fußspitze an. Hebt die Fußspitze an. Nur fertig auf den Boden. Und jetzt geht ihr hoch. Jawoll. Und dann machen wir jetzt zehn Wiederholungen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Neun. Zehn. Pause. Da könnt ihr zwei oder drei Wiederholungen für Durchgänge davon machen. Also Sätze. Und nochmal hoch. Eins. Ein Satz ist eine Übung und ein Bewegungsablauf mit einem bestimmten Gewicht und einer bestimmten Geschwindigkeit. Könnte also zwei Wiederholungen sein oder auch 200. Das ist nun mal zur Erklärung ein Satz. Sehr gut. Drei. Zwei. Eins. Jetzt werden wir für die Fortgeschrittenen das mal etwas erschweren. So. Wir bleiben mit der rechten Ferse auf der Matte. Linkes Bein strecken wir. Und jetzt wenn wir hochgehen, geht das linke Bein nicht über das Knie hoch. Also ihr seht das jetzt. Hopp. Gut. Und fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Seitenwechsel. Pause lassen wir gering. Wir arbeiten weiter. Hopp. Und hopp. Sehr gut. Jawoll. Und nach oben. Und nach oben. Fünf. Und vier. Drei. Zwei. Und eins. Jawoll. Einmal strecken. Eine ganz einfache Übung, die wir jetzt machen. Streckt eure Arme und versucht mal den Handrücken auf den Boden zu lassen. Handrücken. Presst ihn auf den Boden und ihr macht diesen Schneeengel, den wir eigentlich, ja, ihr kennt das genau. Und ich glaube, Schneeengel ist auch eine gute Metapher im Moment, oder? Jawoll. Und jetzt drückt mal euren Unterarm auf den Boden. Ihr merkt gleich, wo Probleme im Schulterbereich sind. Ihr seht, aus jeder Kräftigungsübung machen wir keine Pause. Wir versuchen dann in dieser Ruhephase zu mobilisieren. Okay. Bein anheben und kommt nach oben. Aufpassen, einander kann jetzt schwindelig werden. Ich helfe schon mal hinten. So. Bauch haben wir gemacht, Bein haben wir gemacht. Jetzt werden wir wieder ein bisschen beweglicher Tränen machen. Vierfüßlerstand. Kurzer Hinweis. Handgelenk, Ellbogen, Schulter in einer Richtung. So. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Machen einen Morgengruß. Genau. Strecken uns. Es kommt ein Element aus dem Yoga. Die Kobra dehnen uns. Jawoll. Auch hier mobilisiert euch. Einatmen. Ausatmen. Ich muss die Zeit im Auge behalten. Einatmen. Und ausatmen. Ablehen. Streckt euch. Ganz lang machen. Arme sind lang. Jetzt sind wir die Arme zurück. So, dass Ellbogen auf Schulter hoch ist. Daumen zeigt nach oben. Daumen zeigt immer nach oben der Daumen. Wenn der Daumen nach oben zeigt, heißt das, uns geht es gut. So. Jetzt gehen wir gleichzeitig langsam mit den Beinen und mit dem Oberkörper nach oben. Wir schauen dabei aber immer zur Matte. Jawoll. Jawoll. Einatmen. Ausatmen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins.